Herzlich willkommen zur Gasteiner Skisafari. Sehr verehrte Gäste, diese Skisafari findet jeweils um 13 Uhr jeden Montag im Skigebiet Bad Hufgastein-Bad Gastein statt und führt auf den schönsten Abfahrten im Skigebiet. Abfahrten im Skigebiet. Abfahrten im Skigebiet. Abfahrten im Skigebiet. Wir haben C-Level hier 1180 und wir gehen auf 2250 und es dauert uns fast 7 Minuten. Wir haben C-Level hier. Vielen Dank.